Familie, Beruf und Studium in Einklang bringen. Die Freude am Lernen gehört zu meinem Beruf dazu. Heut schon an morgen denken. Neue Herausforderungen annehmen und Menschen unterstützen. Da geht's mir gut, da schalte ich ab, da tanke ich auf. Toleranz, Vertrauen und gemeinsam etwas schaffen – dafür bin ich dankbar. Mein Landkreis, meine Heimat.